ist noch irgend irgendwer anderes schießt in deiner richtung westen ja ist weiter weg karabiner oder so die sind glaube ich auf dem feld warte mal wenn wir das große gegangen auf dem feld hier ja irgendwo richtung westen gerade geschossen sind das ganz fett und links gegangen jetzt gerade übrigens ich kann mir die besser abfangen wenn die jetzt keine deckung haben nur wo sind die wo man das ist eine tankstelle oder so die werden kommen also ich glaube ich hätte lange auf sich warten lassen wir die abfang hier oben vom wald können die kommen laufen bestimmt hier drüber bräuchten auf jeden fall dann noch ein auto warte mal wobei in der relativ nah dran dann passt das ich sehe den anderen typen übrigens ich sehe beide wir haben richtig wie viele überlebt er denn obwohl er tot gut reagiert wir haben beide gleichzeitig geschossen ich habe gesehen dass du dem den helm weggeschossen hast dann habe ich noch mal auf dem kopf der andere ist fast tot wo siehst du den könnten der war an dem orangenen haus der wollte sein kumpel gerade looten reicht er wollte noch looten ja ja wir müssen aber auch die anderen aufpassen die werden gleich kommen eben ich guck mal lieber nach hinten ja ja ich glaube nicht dass der typ uns angreifen wird falls denn sie sagt bescheid die gleich wieder von hinten kommen und töten kein bock drauf jetzt naja ich sehe da keine bewegung der warte da jetzt bestimmt dass wir daran wieder vorbeilaufen weiß aber weil sein kollege tot ist denkt er sich jetzt her ich fange jetzt einfach ab so arschloch spielweise ja die laufen da über die straße ich sehe die südwesten ja westen kommen die über die unseren feld gleich die kommen in unsere richtung ja so wir warten bis die hier sind offen die laufen jetzt zu den häusern zu unserem dorf glaube warte vielleicht verloren also irgendwie 210 südwesten um den dreh die werden hier auf jeden auf jeden fall vorbeikommen nur ist die frage ob die jetzt übers feld laufen oder hier so in der nähe bei uns dann lange ich gucke mir ich gucke die häuser ich sehe die häuser ich gucke mir die häuser ja die rennen zu den häusern einer zumindest einen sehe ich sehe ich auch ja das heißt schießen wenn die hier in dieser schneise sind okay ja wenn die so auf dem offenen feld sind gleich ja hier in der kohle meine ich diese wenn die da langlaufen vielleicht laufen hier links weiter da dachte ich jetzt weißt du so an der küste so lang wo ist denn der zweite der ist bei mir hier am hügel unten okay ah ja da ja ich sehe den noch nicht schießen noch nicht die gehen noch in die häuser und so einer läuft links jetzt bei dir relativ offen los draufschießen warte 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 ich bin extra noch losgelaufen habe ich ein besseres ding ins krieg zwei hits hat der eine der andere ist relativ offen ich habe den aber auch zweimal erwischt ja den am stein habe ich zweimal erwischt hast du nicht auch zweimal erwischt ja vorher ja ich habe den zweimal auch erwischt mit meinem 16 aber auf distanz habe ich den erwischt also warte ich sehe den ja der ist tot sehr gut eben mal kurz nun ja wird nur noch der andere dann bei den häusern wir können ja an der küste bisschen lang laufen oder ja ja können wir machen wird ja dann hoffentlich keiner mehr in diesen scheiß gebäude da campen diese scheuen weiße wenn da immer einer drin kämmt oder das ist voll kacke oder einen karabiner sauber kann ich den haben für den abgeben wenn ich habe die leute gespottet ja ich meine ich habe einen achtfach scope das ist schon ziemlich gut das stimmt schon ja ein achtfach scope ist schon echt nice kann man auf jeden fall mal haben hier kannst du die muni haben willst du noch ein red dot haben was hat der andere der hat nur müll was weiter die hatten keine eilung ne ne die hatten ja was für muni sind wir bei mir ich habe 100 zum nachladen kommt darauf an wie viel du hast 30 nur brauchst du nicht ne ich habe die akka im ok die akka akka hey kati Was? Echt, Kali? Was ist denn mit denen in den Häusern? Oh, ey. Sein Kollege ist tot. Der spielt jetzt bestimmt so auf Arschloch, weißt du? Und gleich hinter uns, eine Minute später. Na, glaube ich nicht. Wahrscheinlich einfach weiterspielen. Hast du First Aid und Boost und so? Ich habe nur einen Boost und nur Bandagen. Zehn. Wie? Du hast keinen First Aid? Nein. Warte, warte, warte. Oh na, Motorrad. Ich sehe schon. Nee, komm mal her, First Aid. Ja, ich habe aber keine Boost. Okay. Ich habe leider auch nur einen. Keine Boost, nix. Ist da hinten einer? Push. Nee, der Spoon ist immer relativ schnell triggert. Und der hat jetzt die ersten Runden, ist er schnell gestorben. Deswegen, wir sind heute lieb zu dem. Okay, Chat? Okay. Das ist ein Einzelner gewesen. Der spielt da. Oh, da kommt noch ein Motorrad. Hier sind drei Motorräder in uns vorbeigefahren. Pass. Oh, shit. Oh, hier vorn. Oh, Mann. Noch ein Motorrad. Einen haben wir auf jeden Fall ausgenommen. Nicht killen, noch nicht killen. Warte, sein Kollege kommt hier. Ich werf schon mal einen Nate hin. Ab ihn. Oh, okay. Hast du ihn nicht geworfen? Nee, nee, nee. Also woanders hin, ja. Ah! Ich dachte, der pushed von links. So, ich habe noch ein paar Boosts für uns. Der hat aber nicht besonders viel. Nee. Hat der was besseres? Der hat Fünfer, Muni. Kann ich dir noch geben? Und der hat ein Cheapad und noch ein Vierer für dich, falls du das brauchst. Ja. Lege ich dir jetzt hier hin gleich. Warte. Hier bei mir. Nee, warte mal. Das war mein Vierer. Ein Achter hatte der. Sorry. Nee, Achter habe ich für euch nicht, danke. Ja. Und warte mal. Was brauchst du noch? Fünfer, genau. Hier. Ich glaube, hier vorn sind direkt welche. Müssen wir aufpassen. Die waren relativ nah, Mann. Ja. Warte, warte. Rechts. Die gehen aufs Motorrad. Gehe ich, ja. Warte, bitte. Lass mal nicht schießen. Was macht der Zweite? Lass die mal lieber abhauen. Lass die abhauen. Lass die abhauen. Lass uns gut. Gehen die in die Fuckballhütte rein? Hinter uns Auto. Achtung. Nee, ist vor uns, ne? Vor uns. Komm, wir gehen fort zu den Häusern, die drin sind, die drin sind, oder? Oh, die werden die anderen noch looten. Guck mal. Wir holen die, wenn die die looten gehen. Ja, ja. Lass dich nicht sehen. Lass dich nicht sehen. Ja, ja. Bin ich dabei. Haben die beide getötet? Glaube. Nee, nur einen. Nee, der zielt noch auf einen. Gleich draufschießen? Nein, nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Halt dich erstmal und so. Jetzt haben wir gerade die Zeit, damit wir gleich nicht mit einem Schuss tot sind. Wir warten wirklich, bis sie... Schau mal, wie die da stehen. Ja, warte, bis sie... Der andere ist noch nicht tot. Auf wen schießt du? Soll ich auf den Weißen mehr schießen? Ich schieße auf den... Mir ist das egal. Jetzt der Weiße, Weiße, Weiße. Schießt du auf den Weißen? Ja, Weißen. Ja, Weißen. Dann schieße ich auf den Schwarzen. Weiter tot. Ja. Oh mein Gott. Und der andere jetzt? Göttlich, der ist tot. Haben sie? Gut getimed, dann. Ja, wir haben ihn gekillt. Ja. Ja, sauber. Was ein Timing. Alle tot. Alle tot, alle tot. Alle tot, alle tot, alle tot. Oh, wow. Krass, ey. Ach so, der... Ach, du Scheiße, haben die viel Mates, ey. Ist sauber, Mann. Oh, dem richtig viel Mates. Richtig gut sich zu spielen. Mit Vaporub, oder wie das heißt. Ey, der hat noch einen Achter hier. Einen Achter und Vierer, wenn er das will. Brauch ich nicht, hab ich schon. Okay, auch Achter. Meine Güte. Meine Güte, da haben die alle vier Scopes. So, da im Auto war einer tot, da geh ich mal hin. Spoon, du Tier. Der hat auch ganz viel First Aid noch bei mir, wenn du sowas brauchst. Ja, ey, nee, ich hab sechsmal First Aid. Ich hab jetzt auch sieben Boost, ist alles okay. Hier, der hat auch noch mehr Boost. Oh, die Shit, ey. Der hat richtig viel Boost hier. Suppressor SMG, brauchst du den? Warte mal. Nee, hab ich alle schon. Okay. Bin grad am überlegen, ey, weil ich super überladen bin jetzt hier. Ja, ich auch, total. Brauchst du noch Painkiller? Wir müssen gleich los, die Zone kommt auch, ne? Nee, Mann, ich bin so voll mit Boost. Ich brauch gar nichts. Okay, gut, dann lass losgehen. Oh, scheiße, da sind alle Reifen kaputt, da sind alle Reifen drin kaputt. Oh, okay. Ich hab jetzt 14 Boosts. 14, oh. Ja, ich hab vier Painkiller, zehn Energy Drinks. Ich behalte die, auf jeden Fall. Am Ende die ganze Zeit durchgeboostet bleiben, easy life. Sollen wir uns eben erst mal boosten, bevor wir reinfahren? Wir können uns hoch boosten, ja, weil wir so viel haben. Stimmt, das machen wir mal. Wir boosten einfach schon mal richtig voll. Und dann können wir ja gleich immer noch reinfahren und zahlen. Willst du zwei Painkiller? Einen Painkiller und Energy nämlich. So, ich bin voll, kanns los. Panther, danke für den Sub, willkommen im Mama Paradies. Danke Panther, du Eumel. Vielen, vielen Dank, Mann. Sei gegrüßt und sei willkommen. Wohin? Tja. Hier unten so, an die Ecke, da werden bestimmt viele sein. Nee, die Ecken sind immer voll. Nee, nee, lass nicht hier gehen. Da sind Leute in den Steinen und Stolpen. Einfach irgendwie so Häuser hier, keine Ahnung. Hier oder hier. Hier oder da oder hier. Also da so drum. Um meine Markierung drum. Nicht direkt an der Markierung. Geil. Da ist so links oder unten, wo man es hingeht. Keine Ahnung. Vielleicht fährt das Auto jetzt auch schneller, wenn wir voll geboostet sind und fahren. Ja, bestimmt. Ja, wir können ein krasser Pedal treten. Ja. Nee, die Häuser sind vielleicht schlecht, weil das so viele sind. Das ist schwierig zu klären. Ja. Warte mal, die neue Zone kommt ja jetzt auch. Ja, okay. Okay. Zurück ein bisschen. Sollen wir nicht hier? Wir können auch hier bleiben, ja. Hier, das eine rote Haus vielleicht. Kannst du ja noch mal halten, wenn wir hier daneben irgendwie. Hier das rote Haus? Sollen wir da so hin? Sind da nicht die Fenster schon offen? Die beiden? Siehst du aus, oder? Ich sehe keinen offenen Fenster. Okay. Einmal nur clean, dass da keiner drin ist und dann haben wir hier eine gute Sniper-Posey. Sniper! Gemeintlicher Sniper. Ich glaube, das ist noch ungelootet hier, oder? Ja, sieht fast so aus, ne? Jetzt hätte ich gerne auch eine Scar, so, damit ich eine bessere Nahkamper fahre. Von hier haben wir auf jeden Fall eine gute Sniper-Position. Wir können aber auch unten an diesen Turm gehen, wo wir das Auto geparkt haben. Ich weiß nicht, mir ist das egal. Warte, ich gucke gerade mal. Hier wäre noch sogar ein Motorrad, was wir dann nehmen könnten. Also, ich mag Motorräder immer, die super schnell sind. Ja, da wird man auch super dann von raus geballert, ne? Vor allen Dingen, also ich steppe am meisten halt, weil mein Motorrad dann so rumflippt. Oh, bei 105 ist ein Drop, ganz hinten an der Küste. Wollen wir ran? Nein, Mann. Ran, ran, ran. Ich gehe nicht zu den Küsten. Weißt du, wie viele Leute jetzt an der Küste hocken? Bestimmt, bei jedem fetten Stein ist ein Duo-Team. Was machst du denn? Läuft ihr da hoch? Ich wollte gerade ausprobieren, ob man hier irgendwie hoch kann. Das wäre voll witzig. Aber anscheinend nicht. Oh, Spieler von mir, Westlich. Diese fetten Häuser. Wo ich erst meinte... Westlich? Der ist aber genau vor mir, hinter den Hügeln. Ich kann jetzt nicht auf den Schuss. Den sehe ich ja, den Typen. Der will hier links bei mir lang pushen. Ich habe potato den Schuss. Der ist relativ nah bei mir, ne? Der ist direkt vor dir an dem Hügel. Der ist vor dir, vor dir, vor dir, vor dir direkt. Ja, ich habe schon gesehen. Geh links rum. So. Oh, das war schon knapp, ey. Wie der gesprungen ist. Oh, ich potatoe, aber auch hart mit der Sniper, ey. Ich hätte ihn jetzt schon dreimal killen können, ungefähr. Also dieses Third-Person-Gaming hier. Boah, wie nah der schon bei dir war, Alter. Ich habe das überhaupt nicht gesehen, als der schon so nah war. Uh. Okay, der hat nochmal ganz viel First-Aid und den ganzen Kram. Wenn du das brauchst. Ja, nee, Mann. Sechs First-Aid und noch zwölf Boots. Zone kommt. Ich glaube, ich booste mich gleich mal schon wieder direkt, ey. Der hätte mich eigentlich, glaube ich, holen können. Mhm, hätte der. Wenn ich ehrlich bin. Weil der... Der hat halt seine Waffe dann auf einmal gewechselt und hat angefangen zu springen. Ja, wahrscheinlich war der low und deswegen hat er auch so ein bisschen... Gepanickt. Nervös, nervös. Ich hätte ihn auf jeden Fall bestimmt schon zweimal killen können. Bevor der überhaupt so bei dir am Stein war. Oh, ich habe Potato-Tot. Boah, ich habe nur noch zehn Boosts, ey. Weil ich mich die ganze Zeit vollbooste. Langsam wird es kritisch. Wir müssen mal wieder ein bisschen... Oh, oh. ...Energy-Drink finden oder so. Ja, es sind, glaube ich, noch welche. Und die Neuzone aus. Okay, wir müssen auf jeden Fall uns bewegen. Mhm. Tja. Mit dem Auto reinfahren? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber die Frage ist... Ja, wobei. Nee, eigentlich müssen wir nicht mal mit dem Auto... Willst du laufen? Da sind aber oben die dünnen Bäume, ja. Also, wir könnten schon laufen. Ey, da oben ist ein Buggy im Wald, ne? Pass auf. Ich gerade. Direkt bei Nordwest. Hinter einem fetten Stein. Das können... Oh, die haben noch nicht auf uns geschossen. Vielleicht sind die im Turm. Dann haben die uns noch nicht gesehen. Deswegen haben die da nicht geschossen. Da sind keine Fenster zu uns. Hm. Ich meine, das eine Haus genau in der Mitte. Sollen wir in Milter rein? Oder sollen wir eher offen spielen? Ich meine, das ist alles offen da. Bis auf ein paar Bäume. Ich würde sagen, eher Milter, oder? Ja, wir können die nördlichen Ecke von Milter nehmen. Und dann ab da laufen wir dann weiter. Let's do this. Das wird eh nie mit der mittlere Kreis mehr. Ja, das ist irgendwie seit dem Update nicht mehr. Der geht immer nirgenden Rand. Hey, Mundschnecke. Wo ist die? Hey, Limone. Können wir uns hier das Ruhehaus dann gleich nehmen? Was hier außen immer steht? Ja. Versuchen wir das einfach mal zu kriegen. Wir werden beschossen auf jeden Fall. Aber ich glaube, von Milter. Wow. Mach's! Oh, diese Jump-Mechanik. Alter, wie du jetzt... Weißt du, er kann über jeden Scheiß immer springen. Könnte jedes Fenster sein. Dann kommt der nicht so eine scheiß Mauer hoch. Da liegt ganz viel Muni. Vorsicht, Vorsicht, Bait vielleicht. Das ist kein S. Nein, nein, das ist kein S mit 9mm-Muni. Das sah irgendwie zu gut aus. Zu gut hingelegt. Wenn ich ehrlich bin. Ja, nein, das war 9mm-Muni. Oh, jetzt noch ein Energy-Drink-Spoon. Den nehme ich mir mal. Pumpton. Das wär's. Okay, gehen wir mal aufs Dach. Hier kommt was. Ja. Tod. Alle tot, alle tot. Alle tot! Oh, ich sehe einen anderen Spieler auf einem Dach, glaube ich. So, was das nicht verdient ist, weggeheuert wie es, ne? Ja, Richtung Süden hat der... Ey, wenn du jemanden siehst, dann... Oh, hier sind zwei Leute in der Stadt auch noch. Ich hab einen Karabiner, ne? Wie gesagt, ich kann einen One-Hitten. Hier sind richtig viele. Okay. Oh, da kommen auch noch zwei. Okay. Weg vom Dach am besten erstmal. War das auf dich? Warte. Ich hab den gesehen. Also, ich war hier in der Stadt und einer da oben. Auf dem roten Dach ist der, ne? Ja, genau. Mit der Schräge. Ja. Den gesehen. Oh, wir sind drin. Super. Und da kommen eben richtig viele noch aus der Richtung. Nur ein Auto? Oder? Keine Ahnung. Entschuldigung. Sei was, ey. Also, in der Stadt drin sind einige. Uhu. 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 Okay. Ich probiere gerade was zu sehen, aber ich seh nix. Ich werd die ganze Zeit... Er ist runtergesprungen. Echt? Ja. Ich bin runter springen so hin. Ey, wir können die alle von Milta richtig gut abfahren. Aber ne, die werden... Ja, ne, die werden doof, wenn die hier lang laufen. Eigentlich. Denk mal eher, dass die quasi so da so durchgehen. Ich guck mal zur anderen Seite, ja? In den Wäldern und so'n Shit. Uhu. Wenn die Zone näher dran ist, dann kann man hier auch wieder ein bisschen besser aufs Dach gehen. Den nächsten. Okay. Okay. Lass mal boosten. Ein Jahr. Das ist aber auch hier. Ach, ich trau mich halt nicht auf dem Dach wirklich zu gucken. Dann krieg ich eh gleich ein Sniper Headshot ab. Mach ich erst gar nicht. Wenn da aus der Hütte einer kommt. Oh, oh, oh. Richtig. Warte, da ist ein Ghillie oder so. Ich kann ihn grad nicht sehen. 60. Der hat sich hingelegt. Ich kann ihn nicht sehen. Ich bin mir relativ sicher, dass da ein Ghillie liegt. 60? Okay. Wenn du von hier guckst, so zum Stein an den Büschen, also diese hintere kleine Buschreihe, da liegt der. Also ich kann ihn grad nicht sehen. Der muss sowieso gleich vor, oder? Ja, ja, der müsste vorkommen. Ich glaub, der ist in Ghillie, der Typ. Ne, der ist nicht an der Hütte. Der ist noch ein bisschen davor, also der muss nicht vor. Quasi genau über dieser Klippe hier, da liegt der im Gras. Wo so zwischen Gras und Gersten fällt. Du bortest den schon. Okay, lieber auf der Asyl. Ja, ich kann ihn nicht sehen. Ja, guck, du wolltest ihn. Ich bin leider nicht in der Zone drin. Wir könnten aber die ganzen Leute abfangen, die dann hier rüber wollen. Das sind Schüsse aus deiner Richtung irgendwo? Auf dem Feld sogar. Ja, ich glaub, das ist der Typ, der da irgendwo liegt, aber ich kann den nicht sehen. Der ist, ich glaub, hinter so einer Dings, ne? Wie krass, Mann, wie krass der getarnt ist. Ich weiß genau, wo der ist, aber ich seh den nicht. Da oben ist einer. Der ist hinter dem Hügel. Hab einen gekillt noch am Hügel. Ist tot. Der ist hinter einem Hügel auf jeden Fall. Ja. Den können wir den nicht sehen. Naja. Der weiß jetzt, dass wir hier sind. Ich hab da oben einen am Hügel im Wald gekillt. Die Boosts nicht vergessen. Bin auch voll geboostet. Ich spring vielleicht gleich übers Dach und versuch den noch irgendwie zu picken. Ja, der wird noch richtig Hardcover haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nur im Gras liegt, weil ich seh einfach nix. Der wird wahrscheinlich am Abhang so ein bisschen liegen. Ja, der rennt. Einer rennt hinten lang. Wieso hab ich nicht gettet? Einer ist gettet. Da hinten ist der Gilly. Auch gettet. Ausgenockt. Der Gilly rennt hinten ran. Hinten am Wald. Der nicht mehr Sinn. Komm, wir müssen gleich los. Ich hab ihn aber auch gehittet. Vielleicht hier vor uns. Ja. Innen an der Zone. Den Gilly sehen. Eingekillt, der hinter uns ist. Gilly ist tot. Gilly ist tot. Schön. Geh vor. Einer ausgenockt. Schön, schön, schön. Oben am Baum. Der andere Mate rennt hoch. Der ist tot. Heuballen. Heuballen. See, 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 see. Warte. Die pushen vor, beide. Das sind die letzten beiden, Spoon. Das sind die letzten beiden. Ja, komm zu dir. Bust mich erst mal voll. Wir sind im Nachteil. Ja. Oh, wir müssen vor. Ja. Ich könnte, ich könnte pieken. Sind die noch an dem Stein dran? Äh, ne, einer ist links vom Stein lang gelaufen. Einer noch am Stein, einer ist ein bisschen links. Fuck. Ja, die Zone ist scheiße für uns, Alter. Hast du Smokes? Ja, eine. Eine Smoke hab ich. Warte, der läuft, der läuft. Er ist nach links gelaufen. Aha. Ja, wir müssen uns bewegen. Irgendwie 40 Sekunden. Warte mal. Können wir zumindest nach rechts irgendwie, dass wir den Hügel mitnehmen, weißt du? Warte, ich sehe einen. Warte, ganz kurz. Den leider nicht. Wo genau? Ah, in den Baum. Fuck. Der hat vor den Heuballen geschossen. Ja. Okay, renn, renn, wenn gerade. Ich rufe hier unterdrückungsfeuer. Einen hab ich einmal getroffen. Bist du vor? Mhm. Wow, gutes Smoke, Renate. Auch der Smoke liegt wieder himmlisch. Ich geb Unterdrückungsfeuer hier. Hab einen ausgenockt. Ich bin aber auch ausgenockt. Ja, ja, ich sehe es. Ich bin in der Smoke. Einer von denen ist da. Die Zone kommt. Ja, versuch. Okay, ich glaub, die wollen sich heilen. Ja. Mate ist tot. Tot, 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 ja. Eins gegen eins. Ja. Kümmere dich nicht um mich, Mann. Das schaffe ich nicht mehr. Ich gucke mal, ob ich den spotten kann. Ich sehe den, ja. Ich sehe den. Ich sehe den Baum. Nee, ist keine Deckung mehr. Du kannst mich nicht holen. Ich habe Deckung, ich habe Deckung. Ja, ja. Doch, kann ich noch holen. Definitiv. Der Lugger kommt vor, der kommt vor. Der schießt mich ab. Der schießt mich jetzt ab. Jetzt kannst du ihn killen. Der schießt auf mich. Der ist genau hinter dem Baum. Kann ich nicht. Fuck. Ah, der hat auf mich gezielt. Ich dachte, du triffst ihn. Wirf gleich eine Nate, denke ich mal. Ja. Ich habe einen Karabiner sonst. Naja, da kann ich nicht viel machen jetzt mit dem Kara. Wirf eine Nate. Komm, wirf eine Nate. Wirf eine Nate. Ich glaube, der jetzt eine Nate wirft. Ja, der wirft eine. Nicht raus. Kommt gar nicht an. Oh. Spoon, bleib ganz ruhig. Spoon, ganz ruhig. Bleib ganz ruhig. Das hast du. Ja, ja. Ich habe das schon. Der hat auch gut gegessen. Er war heute bei mir. Spoon, ganz ruhig. Spoon, ganz ruhig. Spoon, hinter dem Baum. Spoon. Vorsicht. Ja, jetzt hat er sich gezeigt. Jetzt hättest du ihn tönen können. Wo ist der 360 hier? Du musst gleich vor, ne? Wie viele Kills hast du? Acht. Ich habe neun. Sauber. No. Schicke Runde hier, muss ich sagen. Fällt mir. 17 Killrunde ist doch schon mal schick schön, ey. Good game. Good game. Schick schön. Sjööön. Tschüön.